Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Saschi und das da ist der Till, der Mann mit der Mütze, zumindestens heute. Und wir haben heute den 18. Dezember und am 18. Dezember haben wir wie immer ein berühmtes Geburtstagskind und das Geburtstagskind von heute ist Nino D'Angelo. Kennst du? Natürlich. Ja, ganz berühmt für seinen... Selbst ein Kind nicht mehr weint, nee, lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Ja, hier, ich hab den Text, das ist total voll der bescheuerte Text. Wo sind wir denn? Achso, Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint, wie kein anderer Planet. Bescheuert, also wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint. Dann haben wir umsonst gelebt. Dum, 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 dum. Ja, und so weiter. Also, wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir... Also, wenn bescheuert das überhaupt ist, ne? Und das war ja ein Nummer-Eins-Hit, glaube ich, oder sowas. Also, Hammer. Richtig schön wird's ja hier dann erst in der Bitch. Lass uns jeden Tag das Leben endlos spüren. Endlos spüren. Und uns niemals unsere Ehrlichkeit verlieren. Baby, wenn uns gar nichts mehr zusammenhält, dann verlöscht vielleicht das letzte Licht dieser Welt. Alter, ist gut. Alles gut. Mann, Mann. Alles gut, ja. Ich wollte nur kurz sagen, dass Nino de Angelo Geburtstag hat. Alles Gute. Ja, ehrlich. Mann, rastet der hier aus. 18. Dezember. Ich kenne einen Typ übrigens. Ja, ich kenne auch einen Typ. Der hat für Nino de Angelo ein Lied geschrieben. Das ist noch veröffentlicht worden. Aber nicht das da. Nee, nee, das nicht. Ja. Ich weiß nicht welches, aber ich kenne einen. Kann nicht gut gewesen sein. Auf jeden Fall, 18. Dezember. Ja. Da hast du auch noch was? Ich habe auch was. Und zwar, ich habe einen Kinostart in Deutschland. Das war im Jahr 1975. Sag. Ich sage nur. Der weiße Hai. Ach so, der weiße Hai Jaws. Da, 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 da. Ja. Man sagt ja auch, dass ich keinen Rückenschwimmen machen sollte im Meer. Weil dann, siehst du, egal. Egal. Aber ich habe auch noch einen Kinostart. Echt? 1997. James Bond, der Morgen stirbt nie. Tomorrow never die. Ja. Ich glaube, da hat doch Madonna irgendwie, hat er nicht Madonna das Lied gesungen? Das kann sein, ja. Die another day heißt das. Die another day. Nee, das ist anders. Tomorrow never die. Die another day. Stirbt man an einem anderen Tag. Nee, vergiss es. Ja, ja, ist was anderes. Das ist was anderes. Egal. Auf jeden Fall da mit Pierce Brosnan. Pierce? Brosnan. Oder hier. Pierce Brosnan. So. Das ist, äh, der ist erschienen am 18. Dezember 1997. Okay. Jetzt haben wir so viel gelernt und ich werde Nino de Angelo nicht mehr erwähnen. Chereo ist so schnell raus. Bevor er wieder ausrastet. Bis zum nächsten Mal.